Wir haben euch hängen lassen. Wir sind in unserer vorletzten Folge und wir sehen uns im Klapp. Denn die nächste Folge wird die letzte sein. Doch jetzt sind wir wieder da. Ja, ja, ja. Und das, die Befugung. Das, die Befugung. Ja, ja. Das ist ein Fall. Für Virtual Reality, Mann. Da, 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 da. Jetzt ist es ja nicht mehr so weit. Willkommen zu einer neuen Folge. Firewall Watergirl. Ja, aber diesmal im Eistempel, weil unser Spielstand gelöscht wurde vom Lichttempel. Deshalb können wir das final nicht aufnehmen. Ja, ja. Okay. Huch, da muss ich aber los, Bruder. Wir haben das letzte Mal natürlich im Kristalltempel. Ne, haben wir nicht. Wir waren im Lichttempel. Wir waren im Lichttempel, Leute. Und das können wir dann nicht zu Ende spielen. Weil, ja, Spielstand ist kaputt. Deswegen spielen wir jetzt heute Eistempel. Die neue Serie startet. Und damit, äh, wir haben uns verkannt. Play. Let's go, der Hals. Ja, so ist gut. So, äh. Wir fangen hier mal in den neuen Tempel an. Links, Leute. Freunde, das Ding ist, äh, was? Ja, dann machen wir jetzt mal hier links so. Ja. Fireboy und Watergirl Staffel 3 geht jetzt. Äh, ich bin, warte, starte erst mal. Du bist Wassergirl und ich bin Feuerboy. Wassergirl? Feuerboy. Warte. Ja, ich bin Feuerboy. Ja, ich bin Watergirl. Und da, mix Fire and Water. Alter, das ist einfach Game of Thrones, Alter. The Song of Ice and Fire. Oh mein Gott. Das ist einfach, kann man Fros, Alter. Das ist nicht ein Leser, Alter. Ja, ja, ich weiß. Ah, ja, da hat er einfach mehr Sonnen. Ah, ey, nein, das darfst du nicht sagen. Das musst du unbedingt rausstellen. Ja, dann machen wir jetzt so. Ja, bringst du mich jetzt hoch, oder? Ey, das ist genau, guck mal. Das ist einfach eins zu eins das Level, das man im Dings-Tempel gemacht hat. Im Licht-Tempel. Im Licht-Tempel, ja, ja. Aha. Aha. Das heißt, ey, das ist ja einfach voll Copy-Paste. Aber wir machen das trotzdem mal wie cool. Aha. So, wie wärs, wenn wir jetzt mal eine gute Zeit haben würden? Erster! Ich bin schon der Erste gewesen. Und du bist der Zweiter! Achtung. Tschui! Ey, als ob wir schon so schlecht mit der Zeit sind. Im Test-Level. Alter, wir sind so gerade nicht schlecht. So, was ist das Besondere an mit mir? Ah, guck mal, das ist wieder das gleiche Level. Ja, ich weiß. Ich bin letztes Mal auch so noch nicht so letztes Mal. Ja, ja, natürlich. Ich bin ganz parallel wie jetzt reingeschmissen. Diese nostalgischen Erinnerungen. Warte. Yo, jetzt hast du einfach verkackt. Danke dafür. Oh, du warst feurr. Ja, wir müssen jetzt escape nochmal von vorne. Ey, da oben rechts musst du auch in den Pause machen. Ach du, ey, weißt du. Ey, ich leider kann den escape machen. Ach, das ist das dritte Fall hier bei Watergirls, das wir spielen. Ach, Matti, ey. Ja, aber du weißt immer nicht, dass man das Ding da nicht hinschieben darf. Du bist so ein Vollidiot. Und er macht das einfach trotzdem nochmal Wir waren vier Jahre lang weg Oh, jetzt ist es endlich wieder so frei So, mehr darfst du nicht machen Oh Mann So Leute Sammiros can rotate 90 Grad Mann Tobi, ich bin ja ruhig da Was hast du denn gemacht? Achso, ja Ja, das siehst du im Schnippt So, jetzt darf ich Du darfst Du darfst Die leichte Jetzt neu im Butterregal Du darfst Sammiros are a bit more accurate Ähm, ja Ah ja, jetzt mach ich so Äh, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück I Stopp Stärker Weil Frauen stärker sind Ach ja, da machen wir was Matthias Stärker Ich hau dich gleich Frauen sind stärker sind Ich hau dich gleich Kannst du jetzt bitte das alter Matsch Du bist wieder so am trollen Ich sehe es doch schon wieder Komm, es ist einfach wieder zum Kotzen Mann, jetzt geh doch mal nach links Da, wo ich jetzt stehe Da musst du hin machen Oh Mann Ja, so Äh, erster Nein, nicht mein erster Ich war Ja, hier haben wir die Zeitlupe Warte, ich mein erster Ach, das ist eine Zeitlupe Ohhhh Wie schlecht kann man denn sein, Bruder Ich weiß schon, wie du schneidest Ohhhh Shrink Und dann wie, sowas Okay Hä, es sind einfach die ganze Was, warte, warte, das ist neu, das ist neu Fireboy with lights on snow, watergirl is slowed Fireboy with lights on snow With lights on snow With lights on snow Das ist neu Oh, ist er neu Oh, ist er neu Er ist er neu Er ist er neu Ey, guck mal, dadurch kann ich hier hoch Huch, ey, das wird immer sehr interessant Guck mal Aber ich bin auch da hochgekommen, weil ich Skill hatte Guck mal Guck mal, ich komm hier rechts Guck, hier so Du rutschst da runter Aber gerade eben bin ich mit einem Ruck hochgegangen Guck, schon wieder Ja, weil du Schwung hattest Aber wenn das jetzt lange Ja, kannst du jetzt bitte hier so auf den blauen Schalter Damit ich da rüberjumpen kann, bitte Das heißt Ja, warte, ich bin noch nicht so weit Ey, mach mal hin, ich ist Ja, ey Mhh Ah Oh, was? Hast du gemacht? Ich dachte, ich sterbe Ich dachte, verrecke Und plötzlich Oh Gott, was hab ich getan? Oh Gott, was hab ich getan? Achso, jetzt muss ich da, damit das wieder einfriert Äh, Auftrock, meine ich Damit ich schwenken kann Ey, ist das voll das coole Element Weißt du, wie sich das angehört hat? Wie bei Notepron, diese Stimme, Achtung Warte mal Ja So, ey Du hast dich getrollt? Ehre Mann Aber wir haben trotzdem keine Links Gute Zeit Als ob wir alles in Orange haben Sind wir etwa Holländer Mensch, ey Okay Jetzt kommt dieser Modus Ja, ja, der Modus Ey, guck mal, wie soll man denn die Diamanten einsammeln? Hä? Ah, du musst das einfrieren, damit ich das Ganze einsammeln muss Oh mein Gott, dieses Spiel wird so Ist das geil geil oder was? Oh mein Gott, Leute Ja, darauf wollte ich doch Du hast mich gar nicht ausreden lassen Ja, jetzt mach doch mal hin Mann, Bruder Kannst du bitte jetzt, dass du alles einfrieren Ich bin doch dabei, Bruder Ja, du brauchst aber schon zu lange, ey Ja, geiler Ah ja, Ehrenmann Jetzt kann ich so Und jetzt kann ich so Und hui Und schwing Und jetzt spiel ich hier runter Was wolltest du sagen, Matti? Ich hab dich jetzt nicht ausreden lassen Ja, ich hab schon wieder vergessen Allein war es ja gar nicht so richtig Vielleicht ja doch Wui Ey, du bist der Erster Wie ich jetzt Zeit, wenn du mich bewege hier Guck mal Äh, also geh mal nach links Genau Boah, was war das für ein krasser Move? Halt die Klappe, Ed Ah ja! Zweiter Und du bist der Erster Aber haben wir eine gute Zeit Das ist jetzt die Frage Jaaaah! Dun 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 Das war witzig, wenn ich dann eine andere Musik runterkriege Oh man! Okay, okay, war auch nicht so Ne, geh noch um Ah ja! Iiiiih! Schieb mir das mal hier so da drauf Äh, ja, wahrscheinlich war es wieder falsch Aber das sehen wir ja spätestens dann Dann werden wir uns merken, ne? Why are we still here? Du musst da Du musst da den Grünschalter aktivieren, damit das einfriert Glaub ich Ne, damit das Ding runter geht Glaub ich Ja, jetzt machen wir mal hin hier Du hast schon wieder ewig lang gebraucht Wir können direkt wieder Rietrei machen Wir machen Rietrei Ich will eine gute Zeit haben, Matti Okay Jetzt machst du den grünen Schalter da Oh, ich wollte aber den Diamanten einsammeln Auf Jörg Allah Ja, kannst du ja gar nicht den auch Na, ich will aber jetzt einsammeln Jetzt machst du den grünen Schalter So, jetzt geht das Ding nach unten Und jetzt kann ich das so nach da So, jetzt friert das Ding ein Jetzt kann ich da ganz schnell hinlaufen Wie macht das? Jaja, dann kann ich den Diamanten einsammeln Und dann kann ich hier noch so in das andere Diamanten einsammeln Dann kann ich den Schalter noch umlegen Weil das irgendwie wichtig ist Das war den hier dann, ne? Genau der da! Ah, 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 mein Kopf Warum ist dann jetzt dieses rote Ding? Aha Ah, ich muss das auftauen, oder? Ja, du musst auftauen, weil ich kann sonst nicht hier hoch So, und jetzt taut das auf So'n Ding ist das Jaaaa Ich glaube, das muss ich gleich machen Ich glaube, das muss ich gleich machen Ne, kann ich nicht Ne, kannst du nicht Nein, geh runter vom Schalter Bruder Warte, geh runter vom Schalter Jetzt kann ich nämlich den blauen Schalter machen So, jetzt gehst du wieder vom Schalter Jetzt musst du's wieder weg Ja, jetzt kriegst du wieder ein Ja, jetzt kriegst du wieder ein Ja, bin doch grad voller Immer dieses Gierkigel Hashtag junger raucht In die Kommentare Ja, ja, Hashtag junger raucht Ja, ja Gesundheit Matthias Berger Dankeschön Garten Spergi Eine Minute 37 Gummifänger Und ich würd sagen, das war's mit dem Video Oh, der Spaß, hä? Gummifänger Ey, holle gute Zeit Okay Okay Dies ist Level Links oder rechts? Rechts Oder oben? Rechts Also links Jaaaa Irre entwendet Und ne Kafanum gespendet Ich glaub, das Ding muss hier nach unten Weil dann musst du wahrscheinlich Das als Gegenweg benutzen Damit du links rumgehst Ich bin schwer genug Ich kann nicht springen Warte doch Ich kann die Gläse Ich kann nicht springen Aber ich kann nicht springen Ja, ich konnte auch nicht springen, Matthias Du musst jetzt einfach nur anschwungen Ja, aber ich kann es nicht Ja, du musst anschwungen nehmen Und dann springen Ja Aber ich komm nicht rüber Ja, dann bleibst du jetzt auf dem Schalter stehen Ja, jetzt musst du rum Und jetzt musst du mit dem Mit der Kiste und so Oh, das ist ja anders Habe ich doch gesagt Jaaaa Was hast du getan? Ja, jetzt spring doch mal hoch, Alter Jörg, Alter Jetzt hätte ich dich doch genau gut wussten Ja, jetzt geh mal hier so hin, ey Oh, Matthias, sei so auf, ey Matthias Kannst du den Schalter wieder umlegen? Ich mein natürlich auf den Schalter steigern Naja Ähh Was? Ich mein natürlich nicht auf den Schalter zu stellen Damit ich hier raus kann, Matthias, wie kriegen wir eine schlechte Zeit wegen dir? Eines Wege Guck mal, ich hab ein Gesicht Äh Was? Ich hab ein Gesicht? Nein, guck mal, ich hab so Gesichter auf beiden Seiten meines Kopfes Und wenn ich ganz schnell mache Bist du voll, Matthias Das ist mir ja creepy, Alter Kannst du mich wieder freilassen? 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 Wart ich... Hey warum hast du raus gechappt? Jaaaa Ich will doch jetzt hier raus Das war nicht aber wir darf es nicht Das ist das mal wieder komplett. Hier, komm. Ich wollte rülsen, aber da kam nichts raus. Der Tisch ist fast kaputt. Oh, eine schöne Tastatur. Eine schöne Tastatur. Du musst den Alt-Spieler reinstellen. Mann, wir müssen jetzt wieder alles von vorn wegen dir machen. Aber jetzt wissen wir ja, wie es geht. Das ist jetzt hier... Nein, ist eigentlich wirklich deine Schuld. Also ich war schuld, aber du warst halt auch so, dass ich schuld war. Schließt wieder. Bruder, du bist schuld. Du bist schuld, Bruder. Nein, ich bin keinem, du bist Abel. Du bist schuld. Warte mal, kein ist schuld, Mist. Irre verloren. Herr Steck-Biberexpertin. Ja, kannst du bitte einmal die Kiste ganz runter schieben? Nein. Vielen Dank. Ja, jetzt kannst du bitte hier so hoch und so. Ich bin doch auf der... Lass mich jetzt hier rein. Genau deswegen bin ich grad wegen dir verreckt, Alter. Das war doch schon wieder. Keine Dwege. Der erste Kamin ist immer wieder. So richtig witzig. Ja, total witzig. Eddie hat immer so ein Party-Video. Ja, ja, das ist echt cool. Kriegt man da hoch. Eddie war in meinem Insta-Livestream. Schreibt das so rein. Sag mal, oh, da ist Eddie ja, Eddie. Ich guck's auf den Namen. Mr. Urso. Ja, den weißen Schalter. Guck mal, wir lassen aber auch extra Leute, dass ich gestorben bin. Damit wir jetzt eine gute Zeit haben. Achso, ja dann. Ja, ja. Dann muss ich die Zeit haben mich vermiesen. Matthias. Okay, jetzt wirklich. Nein, Spaß. Nein, jetzt wirklich. Na, vielleicht doch nicht. Na, vielleicht doch. Komm. Oh, ich wäre fast ins Feuer gelaufen. Ist das so? Ja, ja. Toll für dich. Verstehst du? Wegen Romuldo. Max. Was ist los? So? Warte. Warte, warte. Wir müssen das mal richtig jetzt machen. Ja, ich muss jetzt auf blau und dann musst du auf... Gefangen. Oh nein. Oh, zu spät. Oh, ja. Ich bin der Erste. Du bist der Zweiter. Ich glaube ich bin der Erste geworden. Warum hast du das wieder geholfen? Ich weiß ja nicht. Oh! Ich hab's gewonnen. Machen wir noch ein Level oder was? Ja, ich würd sagen wir haben's. Links oder rechts weiter fort? Rechts. Also symmetrisch immer. Mhm. Okay, dann ist das jetzt das letzte Level, Leute. Ja, und ich seh da ist gerade neuer Modus. Oh, ich bin fast fertig. Äh, was müssen wir denn jetzt machen? Ja, keine Ahnung. Jörg aller. Du musst den gelben Schalter da bestrahlen, damit das hochgeht, damit einer den nimmt man an. Ich hab kein Wort verstanden, was? Hast du wohl? Hat jemand meine Haare gelöscht? Hat mir jemand die Haare gelöscht? Du musst hier anscheinend hoch, wo ich gerade oben drauf bin, weil ich ja nicht hochgehen kann. Ja, dann mach ich das jetzt einfach. Auf Ehre, Köln. Hab dir übrigens schon meinen Support-The-Creator-Call eingegeben? Nein, die haben meinen Support-The-Creator-Call eingegeben. Vielleicht ein bisschen. Was hast du da getan? Ah, du hast wieder irgendwas falsch gemacht. Ey, ich hab das gemacht, was du gesagt hast. Was hab ich mit dem Lungen gemacht? Was hab ich mit dem Lungen gemacht? Oh mein Gott, Digga, was hab ich gemacht? Erster! Hast du gerade ernsthaft? Ernsthaft? Ja, ernsthaft. Unsere Ehre. Eine Frage gestellt. Guck, da müsste eigentlich jetzt die Kisse draufstehen, die gerade unten auf deinem Schalter steht. Was haben wir jetzt nicht davon vorhin anfangen? Nein, da ist doch die zweite Insta. Lass doch mal strategisch nachdenken, Mati-Bergi-Karten-Swergi. Tobi, das, was ich gemacht habe, ist schon richtig. Nein, ist nicht richtig. Natürlich ist das richtig. Wie willst du sagen, was du machst? Tobi, guck doch mal. Ja. Nein, 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 du guckst jetzt mal. Du legst jetzt den grünen Schalter aktivieren mit der Kiste nach unten. Ja, da fällt die Kiste runter. Ja, dann passiert das jetzt halt. Dann liegt sie doch schon unten. Lass doch mal strategisch nachdenken, Bruder. Da ist doch oben noch eine Kiste. Ja, ich hab mich doch noch mal gemacht. Die holst du jetzt eben mit dem Schalter. So. Zack, und die schiebst du auf den anderen Schalter drauf. Ist doch ganz simple Sache. Mach ich ja jetzt auch, weil ich das schon immer wusste, aber ich wollte immer deine Intelligenz prüfen. So, dann gehen wir hier so. So, und das musst du machen, weil ich durch das Feuer nicht kann. Welches Feuer denn? Das, in dem du gerade standest. Ah ja. Aber wie komm ich denn jetzt hier runter, ist die Frage. Jetzt komm ich nicht runter. Du musst das machen, weil du mit dem Schnee und so, dann so. Ah ja. Das war's ja wohl wirklich. Komplett. Ja, Matti, kannst du jetzt nicht beeilen? Hast du noch drei Sekunden? Drei Leben. Drei Leben. Tod. Was? Drei Leben. Jetzt kommt das und was reflektiert das? Ah ja, der rote Schalter. Ja, ja. Aber kam einfach zu spät. Zu früh meine Gefühl. Und jetzt muss einer da stehen. Ja, wie wär's, wenn das Tobi wär? Jetzt musst du wieder nach unten gehen. Ja. Machen wir erstmal den Diamanten. Ja, ja. Das ist natürlich schlau. Spaß. Hui. Und jetzt mach ich so. Und da. Bumm. 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 Erster. Mach da einfach duck funny. Und du bist nur zweiter. Ich kann nicht springen. Ah, jetzt kann ich springen. Muss ich eh nicht. Weißt du? Hä? Hä? Ich bin der Erste gewesen in Deutschland. Ja, Leute. Das war's mit dem ersten Video. Und ich danke fürs Zuschauen. Tschüss. Ich bin. Somniumman. Das ist ne Faust. Keine Art. Ja. Nein, du machst das nicht Virtual Reality Man. Der kommt immer in der dritten Folge erst. Aber in der Staffel kommt ja schon in der ersten Folge. Okay. Virtual Reality Man. Warte. Ich bin noch mal nicht so weg. Und die Klappe vorne ab. Virtual Reality Man. Na 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 na. Der macht's mit dem Video. Tschüss. Gärt. Lass uns im Video kommen. Huch! Da muss ich aber los. Soos. Nächster Fakt. Untertitelung. BR 2018